Witze aus einem Witzebuch für Fünfjähriger, aber wenn ein guter Witz kommt, beende ich das Video. Frau Doktor, ich hab mein Gedächtnis verloren. Interessant, wann war denn das? Wann war was? Ich immer in der Schule. Als das Telebimmel vorhunte, treppte ich die Rante runter und hörte gegen die Bums. Was? Was ist weiß und versteckt sich hinter einem Baum? Eine schüchternde Milch. Was? Drei Ehre spielen Tennis. Nach dem dritten Spiel stöhnte der eine. Fünf Minuten Pause und dann bist du der Ball. Heilige Mutter Maria Jesus Christus. Gestern in der Zeitung ein Helikopterabsturz nahe Wiener Friedhof. Bislang 1500 Leichen geborgen.